Ich träume schon seit vielen Jahren, davon hier einfach wegzufahren und heute ist es endlich so weit. Ich musste zwar lange ausharren und auch ne Menge Geld ansparen, aber jetzt bin ich endlich bereit. Doch Susi meint, ich bin potent. Das klingt nach One Night Stand, worauf mein Plan der Lust erlag. Und eigentlich stand's eh nicht fest, sodass es sich verschieben lässt, na morgen ist ja auch noch ein Tag. Morgen, da lege ich los. Das wird sicher ganz groß. Dann mache ich alles ganz furios, denn morgen, da lege ich los. Ich wache auf, es ist schon spät, nur noch einmal umgedreht, dann mache ich mein Vorhaben wahr. Du denkst ja jetzt, das kenn ich schon, doch das Wort Prokrastination ist nicht in meinem Vokabular. Doch ich fühl mich schon etwas krank. Ich geh mal zum Medizinschrank. Ich bin fast bereit für den Sarg. Mein Palskrat ist echt unangenehm, es wär unklug jetzt noch vorzugehen. Am Morgen ist ja auch noch ein Tag. Morgen, da lege ich los. Das wird sicher ganz groß. Dann mache ich alles ganz furios. Ja, morgen, da lege ich los. Nächster Tag, ich bin arbeiten und dabei vorzubereiten, wie ich meine Reise beginne. Nach Arbeitsluster starte ich und ich verabschiede mich von diesem ganzen Wahnsinn. Mein Chef sagt mir auf dem Sprung, es winkt die Halserhöhung. Und ich grad'n kleiner Betrag. Dann verschiebe ich es halt. Ich bin ja noch gar nicht so alt. Und morgen ist ja auch noch ein Tag. Morgen, da lege ich los. Das wird sicher ganz groß. Dann mache ich alles ganz furios. Denn morgen, da lege ich los. Ich hab' meinen Wecker gestellt. Morgen entdecke ich die Welt. Ich plane es schon lang. Ich hab' Taten dran. Und morgen mach' ich den Anfang. Ganz bestimmt.